Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind heute in Chilich. Wir haben 15 bis 20 Knoten, die Sonne scheint, die Blätter fallen langsam von den Bäumen, es wird herbstlich und wir gehen jetzt eine Runde aufs Wasser und haben hoffentlich eine geile Zeit. Ganz viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. So, Wind ist auf jeden Fall perfekt für den 14er. Richtig geil angeballert. Und ich glaube, heute ist echt ein perfekter Tag, um mal wieder ein bisschen an Bord aufzuüben. Mein Ziel wäre eigentlich mal wieder den Back-Roll-Bord-Auf-Flug zu stehen. Den habe ich irgendwie seit einem Jahr nicht mehr gemacht. Ich weiß gar nicht mehr warum. Aber das wäre auf jeden Fall geil. Und Back-to-Blind gepowered ohne Kaltunterstützung. Das wäre auch noch mal was. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist es einfach super geil. Wollen wir mit der Sonne mal wieder jetzt nach einer Woche regen. Einfach geil. Okay. 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 So, übrigens was ich nochmal sagen wollte. Das Gewinnspiel wird natürlich auch noch ausgelost. Der Gewinner kriegt dann von mir eine YouTube Private Message und ich schreibe den Gewinner und das Kommentar. Das heißt schaut auf jeden Fall mal in eure Benachrichtigung rein oder unter das Video vom Gewinnspiel. Da sollte der Gewinner dann stehen. Und übrigens, der Revo ist natürlich wirklich auf meinem Board drauf und wird auch super oft von mir benutzt, unter anderem jetzt die ganze Zeit, wenn ich Höhen laufe, weil man einfach viel, viel schneller wieder in Loop ist, weil ich nicht Spaß, das ist wie ein bisschen beim Skifahren dieses Laufband, wo man sich mit Skiern draufstellen kann. Genauso fühlt sich das an ein bisschen. Na ja, weiter geht's. Ja. 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 Vielen Dank.